Hey YouTube, herzlich willkommen zur Analyse-Ecke Spanien-Rundfahrt La Vuelta Etappe 18. Und was war denn heute schon wieder los bei der Spanien-Rundfahrt für ein Chaos? Das war doch eigentlich geplant für eine Fluchtgruppe. Aber wir sehen heute riesengroße Veränderungen in der Gesamtwertung, Angriffe ganz weit weg vom Ziel mit Teamkollegen, Relaisstation. Es ist nur eine mittelschwere Etappe. Aber die Zeitabstände in der Gesamtwertung sind teilweise heute größer als alles, was wir bislang gesehen haben. Und das heißt, wir haben auf jeden Fall wieder ganz viel zu analysieren. Die Zeit, die man bei einer steilen Bergankunft hinten raus verliert oder im Zeitfahren, da kann man nicht so viel machen. Das ist einfach ehrlich und leistungsbedingt. Aber wenn man heute Zeit liegen lässt, da sehen Mannschaften einfach nicht gut aus. Wir haben viel zu tun. Los geht's! Aber zunächst einmal, das hier ist das Streckenprofil von Etappe 18. Das Finale hinten raus ist so ein typischer Fall definitiv zu schwer für einen Sprinter zu kontrollieren. Also für Caden Cokes uninteressant und für Bergfahrer, Gesamtwertungsfahrer eigentlich zu leicht. Wir haben diese kleine Welle tief im Finale drin. Zweieinhalb Kilometer, fünf Prozent. Sehr stressige Angelegenheit. So ein bisschen Mailand's in Remo-Stil. Vielleicht springt da einer weg. Aber in der Gesamtwertung, wenn da keine Lücken draufgehen, geht's auch nur um Sekundenabstände. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Finale. Wenn's dann um den Tagessieg geht, wie setze ich da vielleicht ein Fahrer ab? Geht da eine kleine Zweier-Dreier-Gruppe weg? Wie harmonisiert die? Und wir haben vorher unterwegs schon mal einen etwas größeren, längeren, ja auch schweren Berg. Kategorie 1. 5,5 Kilometer, 8,4 Prozent im Schnitt. Der hat auch so ganz typisch Baskenland auch mal so Rampen dabei. 14 Prozent, 16 Prozent, aber nur ganz kurz. Und 5,5 Kilometer in Summe. 40 Kilometer bis ins Ziel. Der hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet, dass wir hier die ganz große Entscheidung in Sachen Gesamtwertung sehen. Es ist halt noch sehr weit zu fahren von der Kuppe. Und so viel Zeit wird man wahrscheinlich auf dem Anstieg nicht rausholen können. Also Solo braucht man doch wirklich nicht versuchen, da wegzukommen. Aber es ist halt natürlich eine ganz große Gefahr, wenn man da irgendwo den Anschluss an eine Gruppe verliert und die harmonisch weiterfährt, beziehungsweise auch Konstellationen mit Relaisstationen, wenn dann noch Teamkollegen warten. Das heißt, ja, man muss heute unbedingt aufmerksam sein, wie sich die Fluchtgruppen-Konstellationen so ergibt. Im Zweifel, wenn man die Gruppe verpasst hat und da die Konkurrenz einen reinbekommen hat, dann muss man halt da die ganze Zeit hinterherfahren, dass die halt nur so 2, 3 Minuten Vorsprung bis zu dem Einfahrt von dem Berg haben. Aber wenn man da nicht im Vorfeld schon große taktische Fehler begeht, ist eigentlich der Kuppe. Das heißt, der klassische Ablauf wäre, da geht irgendwann eine große Fluchtgruppe raus. Wenn die keine Gefahr für die Gesamtwertung darstellt, lässt man die fahren. Dann haben wir natürlich immer noch ein spannendes Rennen um den Taxi vorne und hinten fährt man dann mit, keine Ahnung, 10, 15 Minuten später mit den Gesamtwertungsfahrern relativ gemütlich ins Ziel. Aber die Spanien-Rundfahrt hatte heute einfach andere Pläne und man kann es ja auch verstehen, so viele Möglichkeiten, wenn es auch verrückt ist, gibt es einfach nicht mehr, wo man noch irgendwas probieren kann. Und ich springe mal da rein in die Etappe, so knapp 100 Kilometer vor dem Ziel. Wir haben leider keine Live-Bilder von der Anfangsphase. Wahrscheinlich auch wieder sehr hektisch, sehr viele Aktionen. Da will einfach jeder in diese Fluchtgruppe des Tages rein. Und das heißt, wir hatten viele Konstellationen, die sich nicht so richtig stabil absetzen konnten. Und jetzt sind wir halt an dieser Bergwerte in Kategorie 2, erster größerer, längerer Berg. Und auch wenn der jetzt hier nur angegeben wird mit 3%, aber das hilft zumindest mal als Sprungbrett, dass dann halt die Fluchtgruppe sich da mal wirklich lösen kann. Und das heißt, wir haben jetzt hier in dem Anstieg die Situation, die Fluchtgruppe des Tages ist gerade raus. Das sind auch knapp 40 Fahrer. Die haben jetzt gerade zwei Minuten Vorsprung, aber der Abstand geht jetzt rapide auf. Hinten im Hauptfeld ist man zufrieden mit der Situation. Also wir sehen auch hier das Hauptfeld eingeblendet. Da sind einfach verschiedene Mannschaften, die vorne wieder ganz klassisch die Straße blocken und sagen, hey, die Gruppe ist weg. Also Aje de Serre-Lamonial, Education First, Movie Star, alle in erster Reihe, Straße wird blockiert. Muss man mal Daumen drücken, dass da nicht wieder gelbe Karten verteilt werden. Wären ja wohl für Aje de Serre-Lamonial dann halt die zweite, gelb-rot, dann müssten die nach Hause gehen. Aber eigentlich ganz klassisches Bild, die Gruppe ist weg. Es gab auch noch eine kleine Gruppe an Fahrern, die eigentlich die große Fluchtgruppe verpasst hat, die jetzt hier noch dazwischen hängt. Das heißt, die sind später noch losattackiert, weil die gemerkt haben, oh, der Bus fährt, ich bin nicht dabei. Die hängen jetzt hier gerade eine Minute 20 hinter der Fluchtgruppe und halt eine Minute vom Hauptfeld. Aber die werden wohl nie den Anschluss nach vorne schaffen. Und dann gehen wir doch mal vorne die Liste durch und immer so im Hinterkopf behalten, wer ist hier nur auf Tagessieg eigene Rechnung vorne und wer spielt vielleicht noch eine Rolle als Relais-Station. Er ist also ein Teamkollege für den Gesamtwertungsfahrer. Wir haben von Red Bull Borans-Krohe, Alexander Flasov und Nico Denz vorne. Das heißt, selbst wenn man vielleicht gar nicht aktiv was vorbereitet, auf jeden Fall sehr gut gespielt. Man kann ja auch so eine Relais-Station abdecken, einfach so als Verteidigungsmaßnahme. Wir haben Kruzweig und Walter vorne für Wismar-Lise-Bike. Wir haben Kataneo für Quid-Step-T-Rex. Wir haben Stefan Küng für David Goddue, FDG. Wir haben mal wieder vom Team URE zum Beispiel Marc Soler vorne in der Fluchtgruppe. Auch da wieder die Frage, fährt er auf eigene Rechnung oder als Relais-Station dann für Sivakov-Yates. Wir haben Heiduk und Navas. Navas wäre mein Top-Favorit gewesen für den Tagessieg. Aber auch da die Überlegung, Team Ineos, Carlos Rodriguez. Der ist auch noch ganz gut platziert in der Gesamtwertung. Wir haben euer Lascano vorne für Movistar. Das heißt, auch Enric Maas hätte einen Kollegen vorne. Für Richard Carapaz, also Team Education First, haben wir zwei Fahrer vorne. Dull und Jean. Und da habe ich jetzt gewiss schon die Hälfte übersehen. Hat über 40 Fahrer vorne. Im Prinzip fast jede Mannschaft hat einen in die Gruppe reinbekommen. Wer fehlt, ist Ajit Deser-Lamonial. Und den Fehler habe ich doch schon mal irgendwo gesehen. Also die Situation kommt mir doch leider sehr bekannt vor zur Etappe 10. Schade, wenn man den gleichen Fehler vielleicht zweimal begeht. Die Lücke geht jetzt wieder unkontrolliert auf. Und die ganze Konkurrenz hat einen Fahrer als Relaisstation vorne drin. Nur selber hat man es nicht geschafft, quasi diese Probleme abzudecken. Beziehungsweise ganz leicht andere Situationen. Ajit Deser-Lamonial hat einen Fahrer in dieser 5er-Fluchtgruppe, die noch dazwischen hängt, mit reingesteckt. Das heißt, die hätten jetzt schon ganz gerne einen Fahrer vorne. Aber die haben die eigentliche Situation verpasst. Und solange der vorne nicht den Anschluss herstellen kann, muss man die Situation eigentlich so behandeln, als hätte man es noch nicht geschafft. Und wenn dann auch nur Zeit versetzt, irgendwann hat man doch dann die Gewissheit, dass diese kleine Gruppe, die noch dazwischen hängt, dann doch zurückgekommen ist, wieder im Hauptfeld ist. Und dann weiß man auch ganz klar, okay, wir sind vorne nicht vertreten. Und dennoch lässt man die Lücke wieder auf 10 Minuten aufgehen. Also lasst euch hier nicht verwirren. Die Angabe 4, das ist das große Hauptfeld. Und wir gehen jetzt rein in diesen großen Berg, 50 Kilometer vor dem Ziel. Also Bergwerte und Kategorie 1. Vorne die 40er-Fluchtgruppe. Da herrscht natürlich dann noch Uneinigkeit. Viele unterschiedliche Konstellationen. Also zwischenzeitlich gab es da aus der Fluchtgruppe raus, auch mit Hinsicht Tagesergebnis schon Angriffe, sehr weit weg vom Ziel, dass man da versucht, vielleicht eine kleine Dreiergruppe rauszulösen. Ist natürlich nicht ganz so glücklich, wenn sich nur drei Fahrer rauslösen, mit zum Beispiel Stefan Küng dabei, die alle ohne Teamkollegen vorne in der Fluchtgruppe sind. Und ansonsten hinten in der Fluchtgruppe viele Fahrer auch mit 2, 3 oder 4 Fahrern vertreten sind. Dann rollt natürlich auch diese Verfolgergruppe noch relativ harmonisch. Und die drei vorne in der Flucht kommen nicht richtig weg. Also Vacek, Küng und Mauro Schmid sind vorne mit nur ein paar Sekunden. Dann ein Großteil von der alten Fluchtgruppe ist jetzt hier quasi Teil 2, mit zum Beispiel Pedersen von Suda, Quickstep, T-Rex. Der ist jetzt hier in der Nachführbarkeit drin. Also der hat ja hier noch einen Teamkollegen, Le Cerv, müsste das sein. Und dann haben wir noch ein paar Fahrer, die haben jetzt auch schon den Anschluss an diese große Fluchtgruppe verloren. Zum Beispiel Caden Crowes war dabei. Deswegen sind wir jetzt hier vorne auch schon aufgesplittert und nennen das jetzt mal in Gruppe 1, 2, 3. Aber dann die alle noch relativ dicht zusammen. 10 Minuten dahinter das große Hauptfeld. Und als die an gleicher Stelle in den Berg reinfahren, entscheidet sich die Mannschaft Education First mal richtig drauf zu treten. Das heißt, erstmal die Teamkollegen, die hinten noch im Hauptfeld waren, machen möglichst schwere Tempoarbeit für Richard Carapaz. Und irgendwann übernimmt er Carapaz selbst, fährt auch noch alles, was er hat, weil er auch ganz genau weiß, er muss jetzt nur noch Vollgas hier im Steilen fahren. Oben auf der Kuppe warten dann zwei Teamkollegen. Und wir sehen auch, das hat richtig Schaden eingerichtet im Hauptfeld. Also wir sind jetzt hier im, ja, wenn man das noch Peloton nennen darf, das sind noch so vielleicht knapp 10 Fahrer, alle GC-Kapitäne isoliert. Also selbst Primoz Roglic gerade alleine, für den ist die Situation nicht ganz so gefährlich, weil der hat ja zum Beispiel noch Teamkollegen, die vorne warten können. Aber zum Beispiel auch Benno Conner, das rote Trikot, ist komplett isoliert. Und der hat keinen, den er vorne anweisen kann, noch zu warten. Der muss jetzt einfach hoffen, dass er selber stark genug ist, hier alle Angriffe mitzugehen. Und vielleicht auch eine kleine Überraschung, aber wir sehen hier oben Gruppe 5, Mikkel Lander hat heute Schwierigkeiten. Der sieht auch einfach gar nicht gut aus, auch nicht rund vom Tritt. Der verliert jetzt hier noch in der Rampe drin, so 30, 40 Sekunden auf die Gruppe, ums rote Trikot vorne vor allen Dingen Carapaz. Und mit ihm zusammen abgehangen, aber auch Sepp Kass, Adam Yates. Dann geht es in die Abfahrt rein. Kurz vor auf der Gruppe gab es nochmal eine kleine Beschleunigung, nochmal so einen Antritt. Jetzt sind da Teamkollegen von Education First von vorne aus der alten Fluchtgruppe zurückgekehrt. Genauso auch ein Teamkollege von FDG, weil David Gaudu ist in dieser kleinen Gruppe mit dabei. Das heißt, die sind zufrieden mit der Situation. Die treten jetzt auch vorne mit drauf. Aber wir sehen hier, da ist eine kleine Lücke aufgegangen. Das rote Trikot ist ein paar Meter abgehangen. Ben O'Connor ist jetzt gefordert, wenn er abfahrt, die Lücke selber zuzufahren. Das schafft er gerade so. Aber wirklich, wirklich auf der letzten Rille, wenn das hier 5 Meter mehr Loch gewesen wären, hätte ich gesagt, kriegt er das nicht mehr zu. Und hier vorne sind sich einfach 3, 4 Helfer einig, die für ihren Gesamtwertungsfahrer wirklich alles geben. Und hinten ist ja im Prinzip nur Ben O'Connor alleine gefordert. Da hängt natürlich noch Lipovic und noch so ein paar andere Leute alle hinten am Hinterrad, aber die helfen da gar nicht. Das heißt, aus Sicht rotes Trikot, die Situation wirklich gerade so nochmal geklärt. Aber die Gruppe um Mikkel Lander, die schafft es nicht. Die ist zu weit zurück. Und was mich auch wundert, die weisen teilweise ihre Teamkollegen gar nicht an, nach hinten zu kommen. Also Lander kriegt jetzt Unterstützung von Kaspar Pedersen. Der musste erst noch in der Fluchtgruppe Temp-Arbeit verrichten, um da Küggen und sonstige Aktionen in der Fluchtgruppe zu vereiteln, damit er weiter der Le Cerv um den Tagessieg fahren kann. Und der so schon halb müde Pedersen muss jetzt hinten in der Verfolgung nochmal irgendwie die Kohlen aus dem Feuer für Mikkel Lander rausholen. Aber in der gleichen Gruppe um Lander ist ja auch zum Beispiel Sepp Kass, das heißt Wismar Lieselbeik oder Adam Yates URE dabei. Und die haben zum Beispiel mit Steven Kruisbeik oder Marc Soler alle noch Fahrer vorne in der Fluchtgruppe. Die fahren jetzt weiter um den Tagessieg, aber es gibt keine Anweisung, sich zurückfallen zu lassen und jetzt hier in Richtung Gesamtwertung auf Verteidigung zu fahren. Und das hier war nochmal der Stand in der Sache Gesamtwertung vor dem Start der heutigen Etappe. Also Mikkel Lander ganz klar der Bestpositionierte, der jetzt da vorne nicht mehr in der Gruppe mit dabei ist. Der hatte vorher 2 Minuten 18 Rückstand, fällt jetzt weit zurück und deswegen natürlich David Gaudu, Carapaz, Mass, die setzen jetzt alle ihre Teamkollegen ein. Aber Adam Yates 5 Minuten 20, Sepp Kass 6 Minuten 25. Da trifft man jetzt eine bewusste Entscheidung von der Teamleitung zu sagen, okay, die Chancen in der Gesamtwertung sehen wir, wir sind schon auf Etappe 18, nicht mehr als nur wirklich realistisch ein. Versuch mal weiter vorne um den Tagessieg zu fahren, das Thema hinten ist durch. Und so geht halt die Lücke zwischen hier Gruppe 3, rotes Trikot und der Gruppe dahinter, Mikkel Lander immer weiter auf. So 6 Kilometer vor dem Ziel sind es schon über 3 Minuten und jetzt ist nur noch die große Frage, wer schnappt sich heute den Tagessieg? Boah, da hat sich die Fluchtgruppe einfach auf Stärke auch reduziert, auf jetzt nur noch so 12 Fahrer. Vielleicht auch gar nicht so eine schlechte Entscheidung gewesen von Bacik und Küng, sich da aus der alten Fluchtgruppe relativ früh rauszulösen und mit ein paar Sekunden Vorsprung in diese steile Zwischenrampe 50 vom Ziel reinzufahren. Dadurch haben die dann vermeintlich den Sprung in diese 12er Gruppe reingeschafft, die die sonst auf Stärke vielleicht nicht geschafft hätten. Aber die 12 vorne fahren jetzt den Tagessieg unter sich aus. Ja, im Prinzip auch alle Fahrer alleine außer Equipe Kernfahrer, die sind zu dritt, die können vielleicht auch so ein bisschen Taktikspiele treiben. Und halt wirklich interessant, dass halt Laskano, Flasov, Kruzweig, Küng, Soler alle keine Aufforderung von ihren Teams bekommen. Lass sich zurückfallen, wir brauchen nicht hinten zum Arbeiten, sondern die haben halt wirklich alle die Freigabe, weiter auf Tagessieg zu fahren. Und aus der Gruppe wiederum löst sich dann so 5-8 vom Ziel, dann eine kleine Zweiergruppe, erst Kruzweig mit Urko Berado von Equipe Kernfahrer. Und kurz drauf verliert dann einfach Kruzweig den Anschluss vom Hinterrad. Und das heißt, wir haben jetzt hier Berado von Equipe Kernfahrer Solo vorne und mit ein paar Sekunden dahinter diese Verfolgergruppe. Aber von den großen Teams hat halt keiner ein Teamkollegen. Kruzweig Kernfahrer hat sogar halt noch zwei Fahrer drin, die jetzt natürlich ja immer hinten drauf liegen und so ein bisschen Störbart verrichten. Und es geht halt jetzt wirklich nur so leichtwellig weiter. Teilweise eine schnelle Abfahrt, da muss man weiter treten. Windschatten spielt eine Rolle, aber die Gruppe hinten in der Verfolgung, die läuft einfach nicht. Man schaut sich zu sehr gegenseitig an. Und so gewinnt die kleine Equipe Kernfahrer, kleines Zweigligateam, die nur auf Einladung hier sind, eigentlich gedacht, damit die an Flachetappen in die Spitzengruppe gehen. Die sollten eigentlich nur Fernsehattacken fahren und die großen Teams nicht bei der Arbeit stören. Die gewinnen jetzt hier schon die dritte Etappe bei der Spanien-Rundfahrt mit das erfolgreichste Team, was Tagessieger angeht. Also absolut Daumen hoch. Und neben Castrio, der hier noch neunte auf der Etappe wird, auch wirklich unterschiedliche Fahrer, die jetzt hier Tagessieger reinfahren. Der vermeintliche Sprinter von denen, Mikuel Pau, kommt hier noch oder Pau Mikuel, kommt hier noch als Dritter rein, freut sich vielleicht ein bisschen zu sehr auf der Ziellinie, verliert deswegen ganz knapp den Sprint gegen Mauro Schmid. Aber das wirklich interessante Thema ist, was heute hier in Sachen Gesamtwertung passiert ist. Die Gruppe ums rote Trikot, Benno Conner kommt rein mit 6 Minuten 40 und dann bei 10 Minuten klart die Verlierer des Tages, Sepp Kass, Christian Rodriguez, also der von Akea, Guillaume Martin, Adam Yates, Mikkel Lander. Und das heißt, das hier ist jetzt der neue Stand in Sachen Gesamtwertung. Benno Conner führt weiter mit 5 Sekunden, aber auf Rang 5 ist jetzt nicht mehr Mikkel Lander, sondern David Goddus. Lander jetzt nur noch 10. mit 5 Minuten 38 und Yates 8.40, Sepp Kass 9.45. Das sieht doch wirklich langsam unrealistisch aus, als könnte man das nochmal umbiegen. In der Wertung ums grüne Trikot schiebt sich jetzt Pablo Castillo vor mit dem Rang 3, den er heute noch auf der Etappe reinfährt. Ist jetzt Zweiter in der Wertung ums grüne Trikot. Das heißt, der muss jetzt wirklich Daumen drücken, dass vielleicht Caden Croft aus der Karenzzeit irgendwo mal rausfliegt. Und dann haben wir noch die Bergwertung und da wird Team intern getauscht. Marc Soler führt jetzt mit 57 Punkten einen Zähler vor J-Wine. Und zum Abschluss noch einen schnellen Ausblick auf morgen und das sieht nach einer sehr simplen Angelegenheit aus, zumindest was die Taktik angeht. Hatten wir eigentlich schon eine Etappe mit einer steilen Schlussrampe? Also unterwegs kann nicht viel passieren. Vielleicht darf wieder eine Fluchtgruppe fahren und den Tagessieg holen. Aber hinten raus muss man einfach den Kapitän in einer guten Position abliefern und der braucht einfach gute, starke Beine. 8,5 Kilometer, 9% im Schnitt. Aber das sind auch eher so 4 Kilometer mit über 10% hinten raus. Also sieht wirklich alles sehr stark danach aus, als würde Ben O'Connor hier seine 5 Sekunden Vorsprung auf Primoz Rockledge verlieren. Und da gibt es eigentlich auch keine taktischen Spielmöglichkeiten, weil es wieder eine sehr ehrliche Zielankunft ist. Also da ist das Ding, wir haben erstmal so knapp 5% zum Warmwerden, aber dann größtenteils einfach durchgehend schwarz. Aber das soll es mal für heute gewesen sein. Zum Abschluss noch wirklich vielen lieben Dank für alle von euch, die Amazon Prime haben und mich, ohne dass ihr Mehrkosten davon habt, mit ihrem 1 Prime Abonnement im Monat auf Twitch unterstützen. Schaut da gerne mal nach, wenn ihr bei euch einfach nur umgenutzt rumliegt und sonst verfällt. Die ersten 10 von euch bekommen auch auf ewig so ein kleines Abzeichen, die Nummer 1 verliehen, dass ihr hier quasi beim Start mit dabei wart. Und die ersten 6 Plätze sind da schon vergeben. Rio Gaming 37, vielen Dank. 1 Conor Witzer, vielen Dank. Halbblutprinz 1990, Pep Aaron I, Tam 137, Unterstrich. Und vielen Dank in Leser Tor für den Prime Sub im Monat September.